Julia Leischig, bekannt für ihre emotionale Arbeit in der Fernsehsendung, in der sie Familien wieder vereint, schien in letzter Zeit eine große Last mit sich herumzutragen. Ein Schatten lag über ihrem sonst so strahlenden Gesicht, und es schien, als sei etwas geschehen, das ihr die Freude genommen hatte. Dann kam die Bestätigung, sie um ihr Bruder bestätigten die traurige Nachricht ihrer Mutter eine Nachricht, die die Öffentlichkeit schockierte und viele Fragen aufwarf. Was war wirklich passiert, warum wirkte Julia Leischig plötzlich so bedrückt? Es waren Tage voller Ungewissheit, und die Wahrheit, die schließlich ans Licht kam, war eine, die so nicht zu erwarten war. Schon seit einigen Wochen fiel den Fans auf, dass Julia bei ihren Sendungen nicht mehr mit der gewohnten Energie und dem Enthusiasmus auftrat, der sie bisher auszeichnete. Ihre Augen wirkten müde, ihre Lächeln schien nur noch eine schwache Kopie dessen zu sein, was es einmal war. Die Zuschauer, die sonst so begeistert von ihrer herzlichen Art waren, bemerkten, dass etwas nicht stimmte. Einige spekulierten über gesundheitliche Probleme, andere über private Schwierigkeiten. Die Spannung stieg, als Julia und ihr Bruder schließlich öffentlich die traurige Nachricht ihrer Mutter bestätigten. Die Spekulationen schossen ins Kraut, war ihre Mutter schwer erkrankt. War es ein tragischer Verlust, den die Familie erlitten hatte? Die Medien griffen die Geschichte auf und verbreiteten die unterschiedlichsten Theorien. Von einer ernsthaften Krankheit bis hin zu einer familiären Traködie, die die Familie auseinandergerissen haben sollte. Es gab keine Grenze für die Vermutungen, die in den sozialen Medien und in der Presse diskutiert wurden. Die Menschen sprachen von einem möglichen Ende der Karriere von Julia Leischig, da sie sich in dieser schwierigen Zeit nicht mehr in der Lage sehen könnte, ihre Arbeit fortzuführen. Ein besonders emotionaler Moment ereignete sich, als Julia in einer ihrer Sendungen versuchte, eine Familie zu vereinen. Normalerweise war sie in solchen Momenten immer stark, gab den Betroffenen Kraft und Hoffnung. Doch diesmal schien sie selbst von den Emotionen übermannt zu werden. Die Kamera fing einen Moment ein, in dem sie sichtbar mit den Tränen kämpfte, ihre Stimme brach, und sie musste die Sendung kurz unterbrechen. Das Publikum war schockiert. Was konnte so schwerwiegend sein, dass selbst Julia Leischig, die doch sonst so stark war, damit nicht umgehen konnte? In den folgenden Tagen zog sie sich aus der Öffentlichkeit zurück. Es gab keine neuen Sendungen, keine Öffentlichkeitsauftritte, nichts. Stattdessen kursierten immer mehr Gerüchte, dass es ihrer Mutter sehr schlecht ging und dass Julia selbst nicht wüsste, wie es weitergehen sollte. Ihr Bruder, der bisher kaum in der Öffentlichkeit stand, wurde plötzlich zur Anlaufstelle für die Medien. Auch er bestätigte die traurige Nachricht, die ihre Mutter betraf. Doch was genau geschehen war, blieb weiterhin ein Geheimnis. Die Wendung kam erst, als Julia sich entschied, ein langes und ehrliches Interview zu geben und die Gerüchte zu bänden und die Wahrheit ans Licht zu bringen. Es stellte sich heraus, dass die traurige Nachricht ihrer Mutter ganz anders war, als viele vermutet hatten. Es ging nicht um eine schwere Krankheit oder einen tragischen Verlust im klassischen Sinne. Stattdessen handelte es sich um einen sehr persönlichen und emotionalen Abschied der Abschied von ihrem Zuhause. Julias Mutter hatte beschlossen, das Haus, in dem Julia aufgewachsen war, zu verkaufen. Dieses Haus war nicht nur ein Ort, an dem Julia ihre Kindheit verbracht hatte, sondern auch ein Symbol für die Familie, für Sicherheit und Geborgenheit. Der Verkauf bedeutete für Julia und ihren Bruder, dass sie einen wichtigen Teil ihrer Vergangenheit loslassen mussten. Es war eine Entscheidung, die die Mutter getroffen hatte, weil sie in ein kleineres Zuhause ziehen wollte, das besser zu ihren aktuellen Bedürfnissen passte. Doch für Julia und ihren Bruder war es, als würden sie ein Stück ihrer eigenen Geschichte verlieren. Der Gedanke daran, dass das Haus bald nicht mehr in Familienbesitz sein würde, belastete Julia schwer. Die Erinnerungen an unzählige schöne Momente, an Feiertage, an fröhliche Feste und an die kleinen alltäglichen Ereignisse, die dieses Haus zu einem Zuhause gemacht hatten, wurden plötzlich von der Realität des Verkaufs überschattet. Die traurige Nachricht ihrer Mutter war somit keine, die mit Krankheit oder Tod zu tun hatte, sondern mit dem Abschied von einem geliebten Ort, einem Ort voller Erinnerungen. Es war dieser Abschied, der Julia so schwer zusetzte. Sie wusste, dass es der richtige Schritt für ihre Mutter war, und doch fiel es ihr schwer, loszulassen. Der emotionale Moment in ihrer Sendung, der so viele Zuschauer schockierte, war nichts anderes als der Ausdruck ihrer eigenen Gefühle die Trauer darüber, dass etwas zu Ende ging, das ihr so viel bedeutet hatte. Der Verkauf des Hauses war für Julia wie das Abschließen eines Kapitels, das sie nie wirklich loslassen wollte. Die Wahrheit hinter der traurigen Nachricht war also weit weniger dramatisch, als viele vermutet hatten, aber nicht minder emotional. Es war keine schwere Krankheit, kein Verlust eines geliebten Menschen im üblichen Sinne, sondern der Verlust eines Ortes, der Julia und ihrem Bruder so viel bedeutet hatte. Ein Verlust, der sie beide tief berührte und der ihnen zeigte, dass selbst die stärksten Menschen manchmal mit den einfachsten Dingen zu kämpfen haben. Heute, nachdem der Verkauf abgeschlossen ist, hat Julia Leischig begonnen, sich wieder auf ihre Arbeit zu konzentrieren. Sie hat gelernt, dass das Zuhause nicht an einem bestimmten Ort gebunden ist, sondern in den Erinnerungen lebt, die man mit den Menschen teilt, die man liebt. Es ist ein neuer Anfang, und obwohl der Abschied schwer war, hat Julia beschlossen, nach vorne zu blicken und sich auf das zu konzentrieren, was wirklich zählt, die Menschen, die ihr am Herzen liegen, und die Erinnerungen, die sie immer bei sich tragen wird. Die Geschichte von Julia Leischig zeigt, dass Trauer viele Gesichter hat und dass Abschiede nicht immer nur mit dem Verlust eines Menschen zu tun haben müssen. Manchmal sind es die kleinen Dinge, die uns am meisten bewegen, die Dinge, die unser Herz berühren und die uns daran erinnern, was wirklich wichtig ist im Leben. Und so hat Julia Leischig, die sonst so vielen Menschen hilft, ihre verlorenen Familienmitglieder zu finden, nun selbst erfahren müssen, was es heißt, etwas Liebgewonnenes loszulassen. Aber sie hat auch gezeigt, dass man selbst aus einem solchen Abschied Kraft ziehen kann und weiterzumachen, um das Leben zu umarmen.